Also hier haben wir schon mal unseren super geilen Zirkuswagen aufgebaut für euch. Die Johanna hat den auch schon ein bisschen wieder angestellt und dann die Ela hat den Mitarbeitern die Tickets fürs Essen und für die Getränke ausgeben. Ganz wichtig unser Lüfter, sonst würden wir ja alle verrecken. Und dann gehen wir mal weiter ins Circus Dance. Und hier unser absolutes Oberheiler, das Circus Dance. Hier rechts neben dem Eintritt wird die Zirkusband sitzen und das SBO hier spielen. Hier sitzen die ganzen Leute mit der Manege. Hier oben ist unsere geile Technik. Hier wohnt gerade die Zirkusfamilie, die das Zirkuszelt uns vermietet hat. Zirkus Roberto und passt auch auf in der Nacht vor allem, dass hier nichts gestohlen wird. Hier sind schon einige Utensilien aufgebaut worden, die für die Nummern benötigt werden. Unsere Einräder oder Stellen. Das Artistenzelt schon. Hier werden die Artisten sich umziehen. Hier werden sie geschminkt werden, ihre ganzen Sachen runterlagern. Hier warten auch schon einige auf ihren Probeauftritt. Und hier ist heute schon mal ein kleiner Versuch gescheitert. Wir wollten nämlich hier heute schon die Buden aufbauen, aber die Schrauben wurden nicht mitgeliefert. Geht also schlecht. Und somit stehen nur die zwei wichtigsten Buden, die Informationsbuden. Ja und weiter geht's in den nächsten Tagen. Bis zum nächsten Mal.